ich bin nicht so viel Alter, stehn stehn wie ich will ja aber nicht wenn ich live bin ist auch nicht ich mag es auch live und ne und echt ich bin immer live wenn ich zocke ja ok mal ich hab's ausgestellt das mag ich nicht auch gerade ich hab'n fraschen Hals im ganzen ne nur verspannchen ach so ach so ist das so bisschen wie Hähnchen ach so ach Hähnchen ach nicht werden wir ins filmen das schlechte die Zuschauer ach so hat doch keiner drin außer mein Mord weil wir sind wie kann man das denn hier den link machen von diesen ach so ach so hier den link kopieren und dann auch switch rein posten ach so ach so ach so geht es ach so geht es doch das muss eigentlich mein account klickt einfach beim 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 ich mach werbung auf tipp auf twitch also ja habe ich werbung gemacht für mein mod und für mich das ist das letzte duo ja ne mach ich nicht das wäre so schwer nicht so einfach oder ist noch ein reboot werden oh das geht noch aber du tust mir leid headshot time headshot time headshot ich denke doch angst mal so jetzt vor mir guck mal zu preis hä hä episch du nice was der enttäuschung ich weiß gar nicht morgen mache ich mach glaube ich morgen eine map bauen hallo leute hier ist der MC Rossi Fanshop hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles vieles mehr geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte hier gibt es jede Menge schaut es euch an und kauft fleißig ein MC Rossi Shop alles was ihr braucht ja die haben wir erstmal beschäftigt die haben wir erstmal beschäftigt die haben wir erstmal beschäftigt die sind es ist die sind die sind die sind die haben wir in der die sind Hold still. I declare this location to be fully haunted. Carry on. Asshole. Losing it! Proton packet's burning up! Losing it! Open your eyes! Here's the best! He had no more time for his job, I believe. Okay, that's how it works. So funktioniert das. Genau so funktioniert das. Und tschüss Leute!